Was? Der Schwerer-Frau Der Schwerer-Frau Auf meiner Position ist ein Flächer-Squads, der irgendwas führt Was stand? Zwei-Squads Ok, richtet euch zwei Schalen aus Können wir die erst machen? Schwenken wir nicht Oh Mann, Ufmarker Ja, ok Äh, ich weiß nicht, das Wort ist jetzt im Teuden westlich Äh, ich weiß nicht, das Wort ist jetzt im Teuden westlich Ja, das ist noch eine Belly Und versucht dann mal aufzuräumen Ich weiß nicht, das war's Ich weiß nicht, das ist ein Schwerer-Frau Ah, pass auf, Mac in dem Gebäude westlich von dir ist neuner. So, wir sammeln uns hier und gehen dann zusammen rüber, wenn ein Feind auf uns trifft, ach ne, wir machen das so, schweres MG ist hier in Stellung und gibst uns Deckung, während wir über das Tal überqueren. Okay. Seid ihr bereit? Kurz noch Sammler, Stamina kurz noch. Alles klar, wir warten noch 10, 20 Sekunden. Ich schieße es aber nicht, erst wenn ihr sehen werdet, oder? Genau. Okay, der Feindschutz wahrscheinlich Richtung Süden, wir rennen im Norden rum, perfekt, auf geht's, Stamina müssten alle ab. Schluss. Und niemand läuft südlich von mir, niemand läuft südlich von mir. In dem Haus, hier oben im ersten, ist wer. Beschützt. Wurden wir entdeckt? Ja. Ja, aus dem Häuser, beschützt. Südwesten. Habt ihn, habt ihr den Geschützen, jetzt muss es schnell gehen, jetzt. Wir verteilen uns im Norden, äh, bei Oro Village und brechen deinen Richtung. Der Weg da. Wir haben Feinde aus dem Norden, nicht weiter folgen. Wir brechen dann EOS Richtung Oro Village ein. Ja, die Hütte ist bestimmt noch nicht safe, Jungs. Passt auf. Die Hütte, da ist einer, der mittendrin im Stahl. Ja, im Stahl, im Stahl. Mitte im Stahl. Denkt er auf eurer Seite. Wenn ihr, wenn ihr von Scotty der Seite nach rückwirkst, dann geht es nicht mehr. Immer noch im Westen, immer noch im Westen. Medik versucht nicht mehr, wenn er in der Tür zu füllen. Der Doby gibt ihm Medik mit Deckung. Das ist natürlich schlecht. Ja, der Ammo-Banks leeren. Krieg schwere für die Vorhörer. Andere Position. Das war bei mir nächsten Tod. Gut, Jungs. Die, die am Nehmen sind, halten einfach die Stellung. Der Rest zieht so schnell wie möglich nach und versucht von der anderen Seite des Zügels Feuerschutz zu geben. Ja, so ganz, ganz zu machen will ich auch nicht. Weil in mir muss die Tür zu sein, da kann ich zwei Türen decken. Ja, ja, im Klub. Ich werde mal die hier zu machen. Hufmarker. Achtung, die sind hier nicht nah aus. Hufmarker. 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 Wir suchen mal die Fop. Sollte hier irgendwo sein. Wenn ihr noch nicht entdeckt wurdet, hattet ihr Feuer. Ja, Fop ist hier drin. Fop auf Attack Marker irgendwo. Ja, jetzt ist der Saber Oh, Granate, Granate Radio bei mir Radio bei mir Zwei zu mir zum Abschocken Deckt die Treppen Deckt die Treppen Das Feind der MG ist nördlich auf 0.04 ungefähr im gelben Gebäude Oh, wir haben Wir haben Feind, die sich nicht mehr drin, oder? Oder unten Aber wir müssen das erst mal zu retten, bis das Radio weg ist Radio weg Ok, jetzt post auf die Flagge nach Norden hoch Das Feind der MG ist dort Nice Zwei, Feinde sind da unten drin Der Verband ist jetzt nicht mehr Fuck, der ist immer noch da drin Ah, der Leute bewegt sich Wenn die Athen noch lebt, den bitte mal platt machen Nein, ich bin noch nicht Zwölf Sekunden Rally, Bon Ich hab die Ja, knubbelt euch nicht hier so Nein, da ist das Ich hab meine lord keine Zeit Ich hab keine zweite Pro политik Ich hab die Haufen Leute, die Zweifel nicht mehr Ich hab ihn nie Schön Ich hab's Ich hab die Haufen Leute, die Zweifel nicht mehr Verpressen die Zweifel nicht mehr Probier Wo ist das denn? Check ich schon mal Geh mal ein Stück weg von mir Ja wenn jetzt Leute aneinander fließt vorne Dann fließt die Fenster oben Ja gegen das Fenster Na Äh ich hab das eigentlich gefahren Ja das ist schon gut das war der Kran Finde ich das Fahrzeug direkt Na wir versuchen es diesmal über den Norden Vielleicht braucht es zumindest bei mir ein bisschen mehr Licht Ja bei mir oben oben Ja bei mir oben oben Also war das neue Feinfahrzeug Ist nur ein M-Up oder ist auch ein neue Lottwee gekommen? Ne das waren's Amvis Ne das waren's Amvis So Oh Oh i-trip Hangover gibt die Position mehrere Gegner Hangover gibt die Position Nord-Nord-Ost Also wenn ihr raus ist dann versucht aufs Weg zu pushen Nicht da ins nirgendwo Hä? Ja jetzt ist er schon da Schöne Rollen Jungs Rasiert Nichts gemacht als er 1300 Bote gebaut Dei Ja Ja Ja